Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich heute als Nationalrat aus diesen Wahlen rausgehe. Ist es jetzt für die SVB einen grossen und historischen Tag, auch gerade hier im Aussenratischen zu gewinnen? Ich glaube, das ist es. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich die Macht der FDP gebrochen und wir haben das erste Mal jetzt in zwölf Jahren wieder mal einen eigenen Nationalratssitz. Wie haben Sie das geschafft? Ich glaube, mit meiner konstanten, ehrlichen, verlässlichen Art, die ich in den letzten 16 Jahren unter Beweis gestellt habe. Ich glaube, das war es.